Schweiß ist normalerweise farblos. Die gelbe Farbe des Schweißers kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wovon ich gleich einige aufzählen werde. Doch leider kann dahinter auch ein extrem großer Risikofaktor stecken, der aber wirklich gut zu beheben ist und ganz wichtig meiner Meinung nach auch auf jeden Fall behoben werden sollte. Denn sonst könnte das sehr nachteilige Folgen haben für dein Herzerkrankungsrisiko, genau genommen Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Aber eins nach dem anderen, wir gehen das gemeinsam durch und ich helfe euch da. Zunächst zähle ich ein paar harmlose Gründe auf, wieso der Schweiß auch mal farbig sein kann und danach eine nicht so harmlose. Erstens Verunreinigungen. Manchmal kann Schweiß gelblich erscheinen, wenn er mit Verunreinigungen in Kontakt kommt, wie beispielsweise Schmutz, Staub oder Kosmetika auf der Haut. Diese Verunreinigungen können den Schweiß färben. Daher prüfe deine Hautpflegeprodukte oder Deos. Zweitens Dehydration. Wenn du dehydriert bist, also zu wenig getrunken hast, kann dein Schweiß konzentrierter sein, was dazu führen kann, dass er dunkler oder gelblich aussieht. Das liegt daran, dass bei Dehydration weniger Wasser im Schweiß vorhanden ist. Und die darin enthaltenen Abfallprodukte können sich so stärker konzentrieren und wirken dadurch gelb. Drittens Hautpflegeprodukte. Einige Hautpflegeprodukte, insbesondere solche, die Selbstbräuner oder Bronze enthalten, können dazu führen, dass der Schweiß gelblich wirkt. Viertens Ernährung. Die Nahrung, die du isst, kann auch die Farbe deines Schweißes beeinflussen. Zum Beispiel der Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Karotenoidgehalt, wie zum Beispiel Karottenpaprika oder auch viel Grünzeug, oder Grünkohl zum Beispiel, so dass der Schweiß leicht gelblich erscheint. Wenn du jedoch feststellst, dass dein Schweiß über längeren Zeitraum ungewöhnlich gelb ist oder eine Bettdecke oder dein Kissen vor allen Dingen, könnte dies auf ein zugrunde liegendes Gesundheitsproblem hinweisen. Das Stichwort ist hier Lipophyscine. Die Ansammlung von Lipophyscine in Zellen ist ein natürlicher Prozess, der im Laufe des Lebens auftritt und nicht vollständig verhindert werden kann. Es handelt sich um eine komplexe biologische Reaktion, die mit dem Alterungsprozess und anderen Faktoren in Verbindung steht. Aha. Wird jedoch extrem viel davon produziert. Ist das quasi ein Zeichen, dass man viel schneller altert als normal? Das wollen wir nicht. Denn Lipophyscine ist ein Abbaupigment aus dem Fettstoffwechsel und kommt auch in jeder Zelle, vor allem auch dieses Herzens, in der Leber und in der Nebennierenrinde vor. Es ist vor allem ein Marker von oxidierten Fettsäuren bei dir im Körper. Diese oxidierten Fettsäuren lagern sich dann in der Nähe des Zellkerns ein und färben die Zelle. Dies ist dann die Farbe in deinem Schweiß. Das bedeutet konkret, dein Körper schafft es nicht mehr selbstständig, den Oxidantien- und Antioxidantien-Haushalt aufrecht zu erhalten, sodass wichtige Fettsäuren ihre Funktion im Körper verlieren, da die Oxidantien diese förmlich in ihrer Struktur zerstören und Schaden anrichten. Gelbe Zellen sind kranke Zellen. Wie wir oben gelesen haben, vor allem im Herzen und in der Leber, die unseren Körper entgiftet, und in der Nebennierenrinde, die wichtig ist für unseren Hormonhaushalt, vor allem der Stresshormon, Cortisol zum Beispiel, das wollen wir auf keinen Fall. Daher, wenn der Schweiß farbig wird, werden sich auch viele Herz, Leber, andere Organzellen bereits oxidiert vorfinden, ja, und daher sollte man seinen Lebensstil ganz, 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 ganz schnell überdenken. Lipophusine führen auch auf Dauer zu Makuladegeneration. Das bedeutet, eine zentrale Stelle auf der Netzhaut baut sich ab, was dann im Endstadium zum Erblinden führt, vorher aber zu Unschärfe. Es fängt an mit Nachtblendheit und beim Autofahren merkt man das vor allem und so weiter. Das hängt damit zusammen, dass die Lipophusine sich überall im Körper ablagern und gute Fette, die normalerweise eine tragende Funktion im Körper hätten, wie zum Beispiel die wichtigsten Fette der Welt, DHA und EPA, die leider immer noch zu wenig von Menschen in guter Qualität vor allen Dingen auch zugeführt werden, die laborgeprüft ist. Ja, heute ist kausal belegt, dass Lipophusine die Hauptursache sind für die Makuladegeneration. Das Ärzteblatt schrieb sogar dazu folgenden Artikel zu Omega-3 und der Makuladegeneration. Die Wahrscheinlichkeit, Frühformen der Makuladegeneration zu entwickeln, war umso stärker gesunken. Je häufiger mehr Fisch verzehrt wurde, Frauen, die mit ihren DHA-Aufnahmen in der obersten Tertils des Kollektivs lagen, hatten gegenüber jenem Drittel mit dem geringsten DHA-Konsum ein um 38% reduziertes Risiko an einer Makuladegeneration zu erkranken. Nur muss man natürlich nicht den Fisch essen, wenn man nicht möchte, denn dieser wird erhitzt und oxidiert ja ebenfalls ein Teil seiner wertvollen Omega-3-Fette. Dies kann man mit einem Teelöffel Algenöl bereits völlig ablösen und erreichen, denn der Fisch muss ohnehin die Alge essen für sein Omega-3. Da muss man nicht das Meer ausbeuten und auf Fischöl zurückgreifen. Daher Schritt Nummer 1. Den Körper gute Fette geben in Form von unabhängig laborgeprüften DHA und EPA, das in der Flasche gemessen wurde und nicht, wie viele Hersteller fälschlicherweise, vor der Abfüllung ihren Oxidationswert messen, auch als Totoxwert bekannt. Denn dieser hat keine Aussage vor der Abfüllung. Ich verlinke euch meiner Meinung nach das beste DHA und EPA bezogen auf den Preis und heruntergerechnet auf den DHA und EPA-Gehalt. Und wie gesagt, unabhängig laborgeprüft, das Zertifikat muss hochgeladen sein und offiziell vom Labor sein. Und vor allen Dingen auch der Totoxwert am besten unter 20 meines Erachtens. Das ist wirklich sehr, sehr wünschenswert. Kombiniert man diese DHA mit zum Beispiel Melatonin und Tryptophan, wie hier in der randomisierten Placebo-kontrollierten Studie, dann sieht man, dass Lipofoszine sogar statistisch signifikant gesenkt werden konnten. Das kann dem Antioxidant Melatonin vor allen Dingen auch zugrunde liegen. Apropos Antioxidant. Punkt Nummer 2. Sind dann Antioxidantienzuführer und vor allem fettlösliche. Da wie der Name ja schon sagt, Lipo, Lipofoszine. Ja, ein Mangel an Antioxidantien ist im fettigen Kompartiment im Körper. Da gibt es eine interessante Studie mit Arbeitern, die viel Blei ausgesetzt sind, welches ein toxisches Schwermetall ist. Es ist wirklich ein toxisches Schwermetall, ganz wichtig zu verstehen. Das dazu führt, dass oxidativer Stress im Körper stattfindet. Diese haben Beta-Carotin bekommen, das Pigment, was die Karotten so orange macht. Und die Platzerbegruppe dann dementsprechend das nicht. Der erste Balken ist LPH. Dies steht für Lipofoszine. Man sieht, wie stark diese Lipofoszine im Körper sinken durch den Konsum von Beta-Carotin. Das stellt dann den Balken in Weiß dar. Statistisch signifikante Senkungen, obwohl sie weiterhin Blei ausgesetzt sind bzw. waren. Was noch wichtig ist in der Abbildung, es gibt noch einen anderen Marker im Blut, der für die Fettoxidation entscheidend ist. Und dieser lautet MDA. Das ist das Malondialdehyd. Müsst ihr euch nicht merken. Dieses ist ebenfalls statistisch signifikant gesunken durch das fettlösliche Antioxidant Beta-Carotin. Wo ist jenes überhaupt enthalten? Es ist vor allem, wie ich schon sagte, in orangefarbenen Lebensmitteln enthalten. Aber auch in grünen Lebensmitteln. Somit hat Grünkohl mit am meisten nur das Chlorophyll, der grüne Farbstoff, ist ein stärkerer Farbstoff als das Beta-Carotin, der ihnen dementsprechend trotzdem grün wirken lässt, obwohl er so viel Beta-Carotin hat. Das heißt buntes Gemüse, Leute. Gemüse hält, was Obst verspricht oftmals. Außer die Heidelbeere und die Beerenfrüchte. Wer hier supplementieren möchte, dem kann mich das stärkste Carotenoid ans Herz legen. Unter den allen, das wäre das Astaxantin in liposomaler Form, verlinke ich euch ebenfalls mal für Interessierte unten im Video. Aber auch noch ein für meine Verhältnisse sehr unbekannter Stoff, NAC, auch bekannt als N-Acythylcystein, ist für mich nicht wegzudenken, gerade in der Erkältungszeit. Denn in dieser placebo-kontrollierten Studie mit N-Acythylcystein konnte bewiesen werden, dass bei Grippe nur 25% Symptome hatten, die NAC einnahmen und knapp 80% Symptome hatten, die NAC nicht einnahmen. Doch schaut man sich mal diese Studie hier an, die ebenfalls randomisiert war, über 12 Wochen, wo Menschen ein Placebo bekamen, 200, 400 oder 800 Milligramm N-Acythylcystein pro Tag. Hier sehen wir etwas sehr Interessantes und zwar, dass die Lipofoszine, also die oxidierten Fette, wie wir vorhin gelernt haben, hier als LPS in der Studie gestiegen sind in der Kontrollgruppe und das statistisch signifikant. Doch die Lipofoszine sind in jeder N-Acythylcystein-Gruppe, 200, 400 oder 800 Milligramm, statistisch signifikant gesunken. Das heißt wirklich, egal wie viel die Menschen bekommen haben, 200, 400, 800, egal, immer statistisch signifikant gesunken, nur in der Placebo-Gruppe gestiegen signifikant. Es gibt noch einen weiteren Marker für Fettoxidation im Körper, haben wir gerade schon gelernt, der äquivalent gesehen werden kann zu den Lipofoszinen und zwar heißt jener MDAO, auch Malon-Dialdehyd genannt. Dass diese gleich betrachtet werden können, sehen wir an dieser Studie wieder NAC, also N-Acythylcystein. Es war wieder eine randomisierte Menschenstudie mit Arbeitern, die Blei ausgesetzt sind und wieder über 12 Wochen für 200, 400 oder 800 Milligramm NAC am Tag. Das wurde hier sehr gut dargestellt. Die Y-Achse ist der Grad an Fettoxidation im Körper und die X-Achse die Menge an NAC, die die Arbeiter pro Tag zu sich nahmen. Man sieht hier eindrücklich, je mehr man davon zu sich führt, desto steiler fällt die Fettoxidation ab im Körper. Das Ganze hier auch nochmal in Zahlen. Je mehr NAC man nahm, desto niedriger war die Fettoxidation und das statistisch signifikant. Machen wir mal eine Zusammenfassung. Gelber Schweiß kann ein Indiz sein für schnellere Alterungen und genau genommen einen Mangel an Antioxidantien und ein Übermaß von Lipofoszinen vor allem im Körper. Lipofoszine lassen sich sehr gut senken durch einen Lebenswandel mit wenig frittierten und gebackenen Lebensmitteln und vor allen Dingen auch viel Sport, denn beim Sport entstehen auch immer viele Antioxidantien. Ein Überschuss an Antioxidantien entstehen beim Sport. Und vor allem farbiges Obst und Gemüse, ja, besondere Eigenschaften zeigen Karotonoide, N-Acetylcysteine und die Zufuhr von Fettsäuren, genau genommen die Fettsäure, DHA, die einem Makuladegeneration stark entgegenwirkte. Alles, was ich persönlich empfehle, findet ihr unten im Video verlinkt. Und ich sage, da reinschauen lohnt sich auf jeden Fall für deine Gesundheit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.